Es ist offiziell, XXXIV wird kommen und Vin Diesel kehrt als Xander Cage zurück. Das, was der Star aus Fast and Furious schon vor einigen Monaten andeutete, wurde gerade vom Regisseur von XXXIII bestätigt. DJ Caruso beantwortete einige Fragen der Fans auf Twitter und verriet, alle Stars aus dem dritten Teil kehren in XXXIV zurück. Damit sind neben Vin Diesel auch Nina Dobrev aus Vampire Diaries und Ruby Rose aus Resident Evil 6 und John Wick 2 gemeint. Wir rechnen außerdem fest mit einem Wiedersehen mit Samuel L. Jackson, der ja bisher in allen XXX-Filmen mitgespielt hat. Noch hat Teil 4 keinen Kinostart, aber bei dieser frühen Bestätigung einer Fortsetzung können wir diesmal zeitnah mit der nächsten Extremsport-Action mit Vin Diesel rechnen und müssen auf XXXIV nicht wieder zwölf Jahre warten. So viel Zeit verging nämlich zwischen XXXII und XXXIII The Return of Xander Cage.